Schon mal mindestens 2 Millionen, Garincha oder R9, Bruder? RF Oh mein Gott, was laberst du? Nein, ich hab irgendwas verkackt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, Jungs Das kann nicht sein, das kann nicht sein Oh mein Gott! Was laberst du? Was redest du? Oh mein Gott Ja Ey, wir haben FIFA durchgespielt Ist er noch ein? Ja, Junge, ich hab er noch Ich hab er noch Ja Ich hab ihn Ich hab den Hey Hey, 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 hey Was, warum haben wir alles null? Was hat er nicht gezählt? Was? Also Leute, jetzt Okay Ja, natürlich sind alles Erstbesitzer Tu mal nachher auf, ob du alle 8 Erstbesitzer hast Ich hab grad zwei Stunden meines Lebens so verschwendet, die BMC-Kellim Gekauft Der BMC, ja Gekauft Gekauft, ja Einen noch Gekauft Ich hab's nur nochmal vergessen FIPA FIPA-Verbot Raus Ja, natürlich sind alles Erstbesitzer So, ihr könnt entscheiden, Chat Ihr könnt entscheiden Ähm Forgeist, Fortnite mit der Community Punkt Punkt Was ist das? Was ist das? Hallo? Ach, Digga Ey Niemals ist das passiert, du Lücke Niemals ist das passiert, das ist fake Das ist fake, das ist fake, das ist fake, Digga Das ist fake, mach auf Das ist ein Traum, das ist ein Traum, mach auf, bitte Das klipp ich, Jungs, das klipp ich Was war das für ein Fleischdurst, Digga Doch, hier, da Er hindert ihn am Schuss Er bleibt stehen, aber Was? Nein Nein No way No way No way Schau's dir an Ich wollte vorbeischießen Ich wollte vorbeischießen Wie er das tut Ja Nein Nein Er läuft 3-malen Keeper zu Boah, hab ich dich verpisst Digga Er ist in der 90. Plus 2-malen Keeper zugelaufen Dieses Spiel ist so widerlich Oben, bitte oben Nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannann Oh mein Gott, oder? Ist das Stolkopf? Oh fuck, das ist Stolkopf. Schon getunnelt. Mistgeburten, Alter. Und jetzt einfach mal ein bisschen jubeln, natürlich. Guck dir mal Kanté an, guck dir mal Kanté an. Guck dir mal Kanté an, hast du gesehen? What the fucking stuff? Erste um 15.30 Uhr. Demo Gorgon. Oha. Roten Pelé. 24 Stunden Stream. Wenn ich den nicht rein mache, häng ich noch mal eine Stunde dran. Scheiße. Yey. Yey. Alles für euch. Alles für euch. Das war's. Wenn ich den nicht rein mache, Also werde ich ihn ein bisschen rein. Moin Moin Weiter geht's Hat jetzt noch 9-0 der Pack Noch auf 6 Uhr Eusebio, dankeschön dass du in meinem Team bist Ich liebe dich über alles was ein geiles efeisches Tor kurz auf die Nuss Workout Das Icon Verweiß Ich bin Eiken Eiken! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab 3-1 gegen den Typ geführt Dann schießt er in der 85. Backtor und 87. so ein Pass Achtung! Robben mit rechts Robben mit rechts Da ist schon das Erste dass mein Außenverteidiger den nicht blockt da Achtung, er läuft schon vorbei Und Achtung, was macht man Neuer? Zack Gehen alle rum! 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 Er hat das Spiel halt durchgespielt Er ist der Beste, was soll ich Ich hab's probiert Leute Aber Wenn du halt durchspielst Dann kann man das so machen Geht Der war geil, oder? Der war gar nicht gewollt! Du Hurensohn, wieso keine eigene SPC? Ich hatte keine Zeit, das einzustellen. Ich war gestern Abend noch mit deiner Mutter beschäftigt. Ich war gestern.